Moin Moin und herzlich willkommen im Tierpark Olderdissen. Wir haben uns am vergangenen Wochenende mal auf den Weg nach Bielefeld gemacht, um uns diesen kleinen aber feinen Tierpark anzuschauen. Dabei habe ich zum ersten Mal einen Gimbal benutzt. Deshalb bitte ich um Entschuldigung, falls es ab und zu mal ein wenig am wackeln ist. Aber nun wünsche ich euch ganz viel Spaß im Tierpark Olderdissen. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Heute wollten sich die Bären nicht blicken lassen, sondern relaxen ganz entspannt im Schatten ihres Bärenhauses. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Jeder schöne Spaziergang geht einmal zu Ende und ich möchte den Besuch im Tierpark Olderdissel gerne als Spaziergang bezeichnen, da wir durch wirklich sehr schöne Natur gegangen sind, viele nette Tiere getroffen haben und mit gut zweieinhalb Stunden einen wirklich langen Spaziergang gemacht haben. Aber einige Kleinigkeiten könnt ihr euch noch zum Ende des Films anschauen, zum Beispiel auch die kleine aber feine Pommesbude, wo ihr lecker Pommes und Currywurst bekommt und das zum relativ kleinen Preis für ein Ausflugsziel, wie ich finde. Musik Musik